Oda Moinzen zu einem kurzen Video zum Testspiel von heute. Der VfB hat sein erstes Testspiel gemacht in dieser Saison, auch weil es natürlich keine große Aussagekraft hat. Das war eben dieses Jako-Spiel, das wir auch letztes Jahr schon hatten. 27 Tage sind es jetzt noch bis zum ersten richtigen Pflichtspiel, das wird das Pokal-Auswärtsspiel in Dresden werden. Heute, wie gesagt, das Jako-Spiel beim SV Böblingen stattgefunden. Um 15 Uhr war Anpfiff. Letzte Saison hat man das auch schon. Da war das Jako-Spiel am 6. Juli 2021 gegen den FSV Hollenbach, wurde mit 10 zu 1 gewonnen. SV Böblingen, kurz, ist ein Landesligist, was meines Wissens nach die sechsthöchste Liga sein müsste, also 6 höchste Spielklasse sein müsste im deutschen Profifußball, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und vor 4.500 Zuschauern dort, also die haben auch ein paar schöne Einnahmen gemacht, soweit ich weiß, gehen hier dann an Böblingen die Einnahmen. Sehr, sehr schönes Ding, 4.500 und durften sich das 7 zu 1 angucken. 7 zu 1 hat der VfB gewonnen, unter anderem auch prominenter Gast dabei. Ich meine, klar, auch Klaus Vogt ist auf dem Foto hier mit drauf, aber den kennen wir ja. Sami Khedira war dabei. Sami Khedira, auch absolute Legende vom VfB, auch absolut, ja, zu Kindeszeiten, so wie es klingt, auch bei mir mittlerweile zu Kindeszeiten, absoluter Fanliebling gewesen, auch bei mir. Und wir gehen kurz durch, was so lief im Spiel, wer so gekickt hat. Startelf für die erste Halbzeit war Müller, Anton, Mio, wunderschön, Silas, Stenzel, Führig, Mangala, Nathai, Kastanaras am Start und auch Bazzoli und auch Hoppe durften sich zeigen. Ich habe das Spiel nur so ein bisschen im halben Auge verfolgt, bin ich ganz ehrlich. Ja, VfB hat sich schon ein bisschen schwer getan am Anfang, also Böblingen hat motiviert begonnen, hat generell ein motiviertes Spiel gemacht, das sagst du ja oft an solchen Testspielen, die haben sich, ja, die haben sich einfach engagiert gezeigt, so, fertig, aus. Der Kicker berichtet von so einer Art 3-3-2-2-Formation, die der VfB gespielt hat. Ich weiß nur noch, dass die allererste Aktion direkt, quasi nach dem Anschluss der VfB, direkt kurz in Bedrängnis gekommen ist und wie ein Ball wegschlagen musste. Also der Beginn war ein bisschen holprig vielleicht, dann kam sie irgendwann rein, das 1-0 in der 16. Minute durch Chris Führig. Weiter ging es mit Mio, sieben Minuten später, 2-0 in der 24. Doppelpack, Chris Führig in der 35. das 3-0 und zur Halbzeit ging es dann raus mit einem 0-4-Führung. Castanaras mit seinem ersten Treffer bei den VfB-Profis mit VfB-Profilvertrag. Sehr, sehr schön, auf den können wir uns, glaube ich, echt freuen in der neuen Saison, ohne jetzt groß erwarten zu wollen, dass der jetzt richtig viel Spielzeit bekommt. Aber schön, dass er bei uns in der ersten Mannschaft am Start ist, wenn man ihn so ein bisschen in der Jugend auch verfolgt hat. Dann eben, wie es halt so üblich ist, zum zweiten Durchgang wurde ordentlich durchgetauscht und auch da hat es ein bisschen gedauert, bis die Treffer kamen. Aber erstmal die quasi Startelf für die zweite Halbzeit so gesehen. Predlo, auch schön. Mola hier am Start. Kohl war mit am Start. Ahamada. Ulrich hat gespielt, auch sehr schön. Aldonis, Avucam ihre Chancen bekommen. Sanko dabei gewesen. Und natürlich auch bei denen gerade dieses große Thema von Langzeitverletzten, die endlich zurück sind. Erste Halbzeit Silas, zweite Halbzeit Sanko. Einfach schön. Bazzotti dabei. Hoppe ist drin geblieben, so wie es aussieht. Und Wolf. Wie gesagt, hat ein bisschen gedauert, bis es dann weiterging. Mit Toren. Alu Kohl in der 71. mit dem 5 zu 0. Dann hat Böblingen seinen Ehrentreffer machen dürfen in der 75. durch einen Freistoß. Also auch das immer schön. Das Spiel, wie gesagt, muss man sowieso nicht an die große Glocke hängen. Deswegen immer schön, wenn dann auch eben der Landesligist hier der eindeutige Underdog seinen Ehrentreffer gemacht hat. Dann quasi auch für heimischem Publikum. Sehr schönes Ding auf jeden Fall gegen so einen großen Klub eben. Gegen Bundesligisten. Kohl, Doppelpack in der 77. Das 1 zu 6. Und dann der Hedtrick von Alu Kohl. Der Kollege hat richtig Bock gehabt. 7 zu 1 in der 84. Minute. Das war damit ein Dreierpack in 13 Minuten. Sehr schönes Ding. Ich muss auch sagen, dass viele Tore auch dadurch gefallen sind, dass, ja, Böblingen eben, ne, ist halt Landesligist. Die haben einen natürlich auch durchaus eingeladen bei ein paar Dingern. Auch gerade bei Kohl wurde schon ein bisschen eingeladen. Aber um bei Kohl zu bleiben, kam mir auch, habe ich auch hier spontan gesehen auf Twitter. Kohl ist nominiert für das Tor des Monats im Juni von der Sportschau. Ist ja komplett bekannt, Tor des Monats. Muss ich nicht weiter erklären. Und da ist er nominiert mit seinem geilen Scorpion-Kick für die U23 von Australien im Asia-Cup-Spiel gegen die U23 des Irak. War eine richtig geile Hütte. Er hat auch so ein bisschen seine Runde gemacht. Und da ist er nominiert. Also geht da rein und stimmt für den Kollegen ab. Richtig, richtig geile Hütte. Und dann, wie gesagt, nochmal kurz zum Zusammenfassen. Drei Hütten Kohl, zwei Hütten Führig. Einmal Mio, einmal Castanaras. 7 zu 1 Testspiel-Sieg gegen Böblingen in Böblingen. Und jetzt noch ein paar Sachen, die auch ein paar VfB-Fans einfach aufgefallen sind, um das mal reinzunehmen. Gerade eben vor allem Twitter. Aber was den Leuten so aufgefallen ist, Nummer 1 erstmal richtig krank. Silas kommt erstmal rein. Macht nach ein paar Minütchen erstmal eine schöne Rabona-Flanke. Also der Kollege hat richtig Bock gehabt auf das Testspiel. Sanko wurde sehr, sehr dick gelobt von einigen Usern. Mio wurde gelobt. Führig. Klar, dazu hat er jetzt zwei Hütten gemacht. Das ist auch klare Geschichte. Aber auch der hat sehr, sehr daune gemacht. Vielen Leuten. Hoppe waren sehr viele zufrieden mit, den da mal zu sehen. In der ersten Mannschaft so gesehen. Natürlich auch Castanaras genannt worden. Wo er war auch beliebt quasi auf Social Media. Und da sind wir beim Thema von dieser 3-2-2-Formation quasi. Es war scheinbar eine Zeit lang irgendwie eine Form von Doppelsturm zwischen Silas und Castanaras. Was auch noch aufgefallen ist, ohne das auch wieder ordentlich große Glocke hängen zu wollen. Aber wer hat hier ein Twitter-User geschrieben? Wer scheinbar oder wer offensichtlich gefehlt hat und eigentlich hätte fit sein müssen und eigentlich auch hätte da sein müssen. Natürlich haben wir auch Leute, die von Länderspielreise erst zurückkehren. Es waren scheinbar Ekloff, Tomasch, Klimovic, Massimo und Kodibali. So, die Kollegen waren scheinbar, ja, wurden vermisst, sagen wir es so. Wurden vermisst und ein bisschen gewundert, warum die nicht da waren. Aber er wird alle seine Gründe haben. Bei Massimo könnte es vielleicht einen Grund haben, dass es natürlich die Möglichkeit gibt vor dem Abgang. Und man da vielleicht schonen möchte. Da gibt es heute ganz aktuell noch, um es hier mit reinzunehmen, ein kleines Gerücht. Mit Fortuna Düsseldorf, dass sie vielleicht interessiert sind, dass er vorhin vielleicht generell überlegt. Massimo hat ja auch noch einen Vertrag bis 2023, ob man ihn nochmal verlängert, um ihn leihen zu können. Weil sonst könntest du ihn nicht leihen, wenn er noch einen Jahresvertrag hat, kannst du ihn nicht leihen. Also da gab es auch die Richte schon mit, ob Bielefeld vielleicht interessant wäre als Rückkehr zu seinem Ex-Klub. Also Massimo wirkt schon, als wäre er auf einer Liste, die vielleicht eher Richtung Abgänge geht. Mit 7-1 Testspiel-Sieg gegen Böblingen steht heute zu Buche. Standesgemäß, das ist glaube ich das perfekte Wort dafür, standesgemäß einfach den Landesligisten besiegt. Schönes Testspiel gehabt, schönes Wetter gehabt, alles schön gewesen. Die Tore, ich habe mir überlegt, ob ich die Tore irgendwie reinschneiden will oder sowas, aber ich weiß nicht so ganz, wie bodenlos das wäre, dem VfB gegenüber einfach die Tore da rauszusnacken. Deswegen schaut es euch beim VfB im Stream an, die Tore, auch ein paar schöne Dinge dabei gewesen. Generell, logischerweise noch so als Fazit, Testspiele brauchst du nicht überzubewerten. Man braucht sie aber auch nicht unterzubewerten. Da ist echt so ein, gerade so schmiermäßig, so ein Hoch und Runter. So manchmal, bei manchen Personen zu viel Hype aus so einem Testspielchen, weil, gut, Böblingen wie gesagt, da ist Brantford interessanter, da ist dann Zürich interessanter, da ist auch Valencia interessanter. Als das Spiel ist es somit das Irrelevanteste, sportlich gesehen, vom Niveau her gesehen, Testspiel der Vorbereitung, es ist einfach zum Reinkommen für die Jungs. Aber gleichermaßen gibt es auch zu viel, die einfach in diese Richtung gehen, von wegen, ist doch nur ein Testspiel, so gut ist der nicht, das heißt nichts. Also im Sinne von unterbewerten und abwerten, so um das Wort noch mit reinzunehmen, das finde ich auch manchmal einfach nicht angebracht so. Freuen wir uns über 7 zu 1, war schön. Auch die ganzen Fans, die da sind, durften Fotos machen mit den Spielern und so weiter. Alles eine schöne Aktion, eine runde Aktion, Jakob-Spiel, abgehakt, 7-1-Sieg. Alles schön, lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. An alle, die hier neu auf dem Kanal sind, lasst gerne das kostenlose Abo da, wenn euch gefällt, was hier so abgeht. Bedankt fürs Zuschauen, natürlich hier noch viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.